Für alle Leute, die nicht wissen, was jetzt hier gleich passieren wird, ich werde mich jetzt hier nackt ausziehen und in eine Eisbadewanne reinsteigen. Ich bin hier gerade noch im Stream gewesen und ich bin, also ich stream auch immer noch, wir machen ja gerade einen Sabaton, hier ist der, hier seid ihr, da seid ihr, also alle Leute, die bei Twitch dabei waren und jetzt gehen wir Eisbaden. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen soll, ich muss auch dazu sagen, warte, ich muss auch dazu sagen, ich habe kein Eis, aber, scheiße, ich muss ja noch ein Handtuch und so ein Zeug holen, Digga, Gott verdammt, ich bin unvorbereitet, warte ganz kurz, warte ganz kurz. Ihr müsst dann auch gleich die Zeit stoppen, ja, kriegt ihr das hin? Ihr müsst mir sagen, wie lang ich im Eis drin war, Chat, kriegt ihr das hin? Also Insta-Live ist auch einfach das Unnötigste, was es gibt, Digga, ich frage euch was und muss einfach erstmal eine Stunde auf eine Antwort warten, Bruder dieser Chat hier. Okay, Like ist gleich ein Tittenbild, dieser Drecks-Insta-Bots, okay, da draußen steht die Tonne und wir gehen jetzt rein in die Tonne, Digga, muss mich ganz kurz ausziehen, ja? Okay, bin nackt. Wie mache ich denn das jetzt am schlauesten? Scheiße, oh Junge, ist das kalt, scheiße, ist das kalt, Digga. Okay, hier ist das Wasser, da ist jetzt kein Eis drin, aber es ist arschkalt. Es ist arschkalt, Digga, ich habe leider keine Eiswürfel, aber es ist trotzdem gottlos kalt, okay? Also, ich will das gerade jetzt irgendwie doch nicht, Digga. Oh Junge, ist das kalt. Okay, ich gehe jetzt in die hier rein, ich habe zwei Eistonnen. Okay, fuck. Oh Gott, verdreckte Dreckscheiße. Oh Junge. Okay, ich muss mich jetzt konzentrieren und auf die Atmung. Es ist gut. Es ist gut, wie es ist. Es ist nicht kalt. Scheiße, das ist viel kalt als die letzten Tage auch. Okay, reicht. Es reicht, Digga. Es reicht, Digga. Oh Junge, ist das kalt. Okay, ich trockne mich ab und wir sehen uns gleich wieder im Stream. Junge, ich bin am Zittern. Gott, verdammte Dreckscheiße, Digga. Was geht? Junge, das war viel zu kalt. Bruder, das war viel zu kalt, Gott, verdammte Dreckscheiße. Das war viel zu kalt. Ich weiß nicht warum, aber Bruder, die letzten Tage war es nicht so kalt. Wie viele Sekunden war ich drin? Wie viele Sekunden war ich drin? Und das ist übrigens nicht mein Arsch, den man da sieht, sondern meine Hose. Okay? Das ist meine Hose, Digga. 30 Sekunden? Scheiß drauf. Scheiß drauf. Ich gehe mich jetzt kurz abtrocknen und bin gleich wieder da. Okay? Bis gleich. Statement von euch. Warum hat mir keiner gesagt, wie viele Sekunden ich drin war? Ich dachte, ich wäre bei drei Minuten. Aber keiner hat von euch reingeschrieben, wie lang. Ich war einfach irritiert. Ich wusste nicht mehr, wo oben und unten ist, Digga. Ich war irritiert. Ich dachte, ich wäre bei drei Minuten. Aber ihr schreibt ja nicht rein, wie viel Zeit es war. Scheiße, ey, Chat. Chat, das war viel zu kalt. Ich weiß nicht, wisst ihr, was es, glaube ich, lag? Wisst ihr, was es, glaube ich, lag? Es lag, ich war mit dem Kopf nicht da. Ihr habt mich abgelenkt. Ich war mit dem Kopf nicht da, ihr habt mich abgelenkt, Digga. Ich hätte mich mental drauf vorbereiten müssen. Mental. Aber ich konnte es nicht. Ich war mit dem Kopf einfach nicht da. Ist so, Chat. Ist so, ich war nicht da. Es hat sich vom Körper her viel kälter angefühlt als die letzten Male. Und beim letzten Mal, Digga, war ich um 12 Uhr nachts drin mit Eis. War schon jämmerlich. Würdet ihr sagen, es war traurig, was ich da veranstaltet habe in der Eistonne? Ja? Würdet ihr sagen, dass ihr das locker besser machen würdet? Hm? Locker? Mhm. Würdet ihr sagen, dass ihr, wenn ihr euch genug konzentriert, auch Superkräfte erreichen könntet? Also so Super Saiyajin-Zeug und so. Wenn ihr jetzt hier sitzt und euch konzentriert, könnt ihr dann auch irgendwie euch entwickeln wie ein Pokémon? Hm. Okay. Ich muss aber trotzdem sagen, Chat. Es, also ich bin wach. Ich bin wach. Ich war zwar nicht lang drin. Es war arschkalt, aber ich bin wach. Ich bin wach. Ich bin wach. Ja. Ich bin wach. Das ist ja die Hauptsache. Ja. Sehe ich auch so, ja. Das ist die Hauptsache, ja. Ich hab mich kurz aufgewacht. Aufgeweckt. Und bin jetzt bei euch. Mit dem Kopf. Und mit dem Geist. Oh, war es doch nur mit den Füßen drin? Nein. Nein, nein, Chat. Ich war bis hierhin. Bis hier war ich. Danke. Also ehrlich. Ich betrüge da nicht. Ich war bis hierhin. Ich konnte nicht tiefer, weil ich mein Handy halten musste, Digga. Hast du jetzt Rosinen in der Hose? Ja. Ja, ja. Safe, safe, safe. Da hat sich einiges zusammengezogen, Digga. Das könnt ihr mir glauben. Da hat sich einiges zusammengezogen, Digga.